Willkommen wieder bei Overwatch. Es ist immer noch natürlich Halloween, das geht jetzt auch erst mal 100 Jahre und heute spielen wir in Arcade mit Ari nochmal den anderen Modus und zwar den Junkenstein Endlos Modus mit Ari. Hallo. Es ist eigentlich fast dasselbe, halt nur... Wen spiele ich denn? Ich glaube ich bin immer wieder Backqueen. Ich fand den sehr stark. Wenn du Stolzler willst, kann ich sonst wechseln. Ne, ne. Nur hast du halt mehr Helden zur Auswahl. Diesmal. Und? Der Unterschied ist, ähm, das seht ihr gleich. Die redet im Hintergrund, das verwirrt mich. Kannst du das nicht? Das verwirrt mich echt so ein bisschen. Ähm, Welle 1 von 12, das heißt, ja, diesmal ist es ein Wellenmodus, wo sogar, äh, zum Beispiel irgendwann so drei Wildhawks auf einmal kommen oder so. Also schon so ein bisschen schwerer. Ähm, das ist so der Unterschied. Ist ein bisschen herausfordernder. Da haben auch echt Leute ein paar manchmal mehr Probleme als beim normalen Modus. Ne? Ja, weil er auch insgesamt eigentlich, äh, länger geht, oder? Ja, weil es ist ja endlos bei dem Bonus, wenn den verkackst du irgendwann automatisch. Ja. Gefühlt. Also es gibt bestimmt Leute, die machen trotzdem krass weiter, weißt du? Das, das kann gut sein. Nein, wir sehen, er hat einen Taten. Für mich sieht er einfach aus wie ein Clown, nicht wie ein Vampir, Entschuldigung. Ist ja auch ein Vampir-Clown. Was, äh, wird es sein? Tot. Ich hab ihn besiegt, Ari, du musst keine Angst mehr haben. Hä, er ist jetzt erst tot. Hä? Bei mir war ein Kreis drumrum. Bin ich blöde? Weiß nicht. Oder kamen zwei, nee. Ja, ich weiß es nicht. Da bin ich einfach verwirrt. Passt schon. Du bist einfach verwirrt, ja. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn in den Wald getötet, äh? Nein, okay. Das kann sein, aber... Hast du's hier? Ja, ja. Weg mit dir. Ich geh immer auf die dicken Granatwerfertypen, weil die mir mehr auf den Sack gehen. Huch. Ha, du hast ihn super. Ja. Blöd Mann, lass mich in Ruhe. Oh oh. Haha. Aber für uns Profis ist ja kein Problem hier. Dieses blöden Angreifer-Weltin. Irgendwas hat mich beworfen. Wo bist du? Ich hab einen gerade gekilltötet. Ah ja, dann war's das. Einfach Restic-Spam. Easy going. Welche Welle sind wir jetzt? Ah, gleich bei drei. Ja, ja. Komm, ist alles easy. Kannst mal jetzt hier losgehen, ey? Brauchen wir Herausforderungen. Hier unten hat der Zwerg übrigens Dinger hingeschmissen, ne? Rüstung hab ich schon. Rüstung. Ah, okay. Da, 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 da. Eigentlich der Zwerg voll cool mit seinem Geschmack. Ja, stimmt. Das ist echt stark. Nein, es ist Rothar. Nein, nein, nein. Das ist Junkensteins Monster. Ja, okay, sorry. Rottel. Aua. Ich wurde runtergeschubst. Reifen, 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 reifen. Ich wurde runtergeschubst. Wär geil. Wie, runter. Ja. Ach so, aber zu uns runter. Ich dachte schon, da kann man vielleicht irgendwie an der Seite runterfallen oder so. Er ist tot. Das Geschütz regelt hier hinten halt. Das ist ziemlich cool. Trotzdem hat das Tor schon Schaden genommen. Ja, von, von einem Reifen. Toll. Ja. Wir waren zu sehr auf das Monster konzentriert. Ich dachte, das Geschütz macht auch die Reifen gut weg. Danke für die Rüstung, Kollege. Naja, Junkensteins Monster ist der Dut. Eben. Aiming ist so unterirdisch. Nein, da ist er. Dötest du ihn bitte? Mach ich. So. Ich lasse es mal weiter. Down. War ein Reifen, wo ist er? Da. Ich habe ihn. Das war ganz cool, Mann. Ich finde McQueen mega cool in dem Modus. Keine Ahnung. Ja, aber ansonsten nicht? Doch, aber in normalen Matchen bin ich halt so, ich bin manchmal so ein Aiming-Loop halt. Hörst du auf, mich zu bewerfen? Und McQueen ist ja so ein Aiming-Champ eigentlich. Ach so. Ehrlich? Ja. Dann würde ich aufhören und versuchen, den zu spielen. Also ich finde, es ist ein Aiming-Champ. Weil du ja versuchst, mit deinen einzigen Klicks Headshots zu verteilen. Ja, das stimmt. Ah, Mann. Aber vielleicht müsste man, wenn man halt nicht so gut im Aiming ist, gerade so jemanden spielen, damit man das übt. Das kann auch sein. Toll. Ohne Witz. Ich habe gerade meine Ulti verkackt. Einfach weil, ähm, der Typ, der Reaper, der machte seine Unsterblichkeit. Da kommt direkt ein neuer Reaper. Ja. Mann, das erinnert mich jetzt auf. Das finde ich doof, dass der sich dann unsterblich macht und so. Mushiku hat Overwatch beendet. Wie kann sie sowas machen? Oberwatch-Bänden. Das geht gar nicht. Was? Wo ist denn jetzt? Oh, ich werde jetzt gleich bei sechs. Okay. Gleich haben wir die Hälfte. Gleich haben wir die Hälfte. Hi. Weg mit dir. Pau. 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 Ich höre böse Musik. Die Musik macht mir Angst. Was? Was? Nein. Oh, nein. Jetzt kommt die Beschwörerin. Wenn ihr nicht anfängt, Dracarys zu rufen, ist alles gut. So. Au, au. Hör auf mich zu brutzeln, Aldi. Weg mit der. Ich hab sie weggerasiert. Alles gut. Ich versuche erst mal den Schill-Generator kaputt zu machen. Das ist ne... Er ist kaputt. Er ist kaputt. Ihr braucht keine Angst mehr haben, Kinder. McQuir hat euch gerettet. Pau, pau. Kann die mal aufhören, immer mich zu bewerfen? So. Jetzt sind wir gleich in der nächsten Welle. Ja, Welle sieben. Da, 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 da. Auch ein Ohrwurm, ja. Ja, aber nur wegen dir, weil du ja angefangen hast. Aber woher hab ich denn den Ohrwurm? Weiß nicht, du bist manchmal komisch. Du bist ja aber komisch. Haha, er hat dich runtergezogen. Haha, ist deine Schuld. Ja, richtige Assi. Ah! Ich treffe ihn einfach nicht, obwohl er so vor mir steht. Da ist noch einer, da ist noch einer. Wir müssen erst den einen töten. Es sind ja auch noch zwei Roadhogs. Einer tot. Jetzt hau ab hier. Ich mag ihn nicht. Mag Roadhog grundsätzlich nicht, weil die sich immer so oft heilen können seit dem Update. Oh, komm. Mann! Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Dann hau ab. Ich bin so schlecht gegen Roadhog gerade. Ah! Was kommt jetzt schon wieder? Genau! Jetzt kommt auch noch die böne Hexe. Oh nein! Oh nein! Mann! Als ob ich den nicht treffe! Geht doch! Kannst du die jetzt mal betäuben, bitte? Ja, hatte ich doch kurz. Das hält aber nur sehr kurz an. Ich treffe die nicht, ich bin irgendwie genug. Wow. Ja! Sehr schön. Boah, diese blöde Hexe. Töte, 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 töte. Töte, töte, töte. So, jetzt erstmal hier ein bisschen entspannen. Welche Welle sind wir jetzt? Neun, okay. Ja, ja. Huch! Der spottet sich einfach vor mich. Die Stunde hat geschlagen. Hab ihn! Da. Das ist ja noch schon wieder einer. Ja, ja, aber einen hab ich schon, hab ich eben gekriegt. Ja, ja. Da kommt noch einer! Los hier! Der Seelen-Erdler-Hype. Hype? Wie viele kommen denn da? Alter! Das ist ja der Wahnsinn! Töte mal den. Danke, danke, danke. So! So. Das ist schon wieder eine Symmetra da oben. Was ist hier denn? Hier oben! Achso, du hältst sie oben. Ich hab gerade, ich komm gerade wieder runter. Au, au, au. Irgendjemand muss den Schildgenerator ganz rum kaputt machen. Ja, erst immer, wenn wir gerade die Beschwörerin tot. Ja, ja. Ah! Wenn da noch eine kommt, wird's lustig. Oh, unser Tor ist auch schon fast halb kaputtiert. Ich hab nichts kaputt gemacht. Sehr gut. Ich bin ein Schildgenerator. Sehr, sehr gut. So, jetzt ist der hier noch weg. Der geht kaputt. Das Monster ist schon wieder da. Hört auf mit euren Granaten. Granaten. Noch ein Monster! So, ich geb euch mal hier Deckung, so. Ich will meine Ulti grad nicht verwenden. Das bringt bei Warthog irgendwie nicht so viel, finde ich. Ne, das stimmt. Aber für die Minions, die man drumrum vernachlässigt. Ich tötte ja dauernd diese, die, die Granatwerfer. Macht man das bei, Jens? Ich bin mir nicht sicher. Naja, ich töt grad die Granatwerfertypen. Ich weiß nicht, wie die hier heißen. Die haben einen speziellen Namen. Eines mit K. Oder so. Kackbratzen! Das wird sein. Der Soldat tötete die Hexe. Der Soldat tötete die Hexe. Das hat mir gefallen. So. Ich habe versucht, sehr viel Schaden zu machen, aber nur versucht. Lieber Zwerg, ihr Dings ist kaputt. Können Sie noch mal eins aufstellen, bitte? Wir sind aber bei Wette 12, auf jeden Fall. Bist du tot? Ja. Und hier hinten kümmert sich niemand ums Tor. Ja. Mann, stirbt doch. Granate. Ha, er ist tot. Wir haben es geschafft. Offiziell haben wir es geschafft. Jetzt kommen die Bonus-Mellen. Kaputt machen. Ich glaube, das war die Rache dafür, dass ich sie Kackbratzen genannt habe. Ja, du hast deine Gefühle verletzt. Ich hätte sie auch. So. Jetzt noch den Seelen-Ernter. Ich will Seelen-Ernter hier auch kommen, ey. Ha. Die Omnics. Sind das Omnics? Ne, das sind Zombadia oder so. Sag ich doch, Kackbratzen. Ja, sag ich ja. Verschwinde! Autsch. Verschwinde! So. So, ich habe den Shit-Generator habe ich. Sehr gut. Vorher steht aber noch mehr. Okay, beide sind tot. Beide sind tot. So, ich mache gerade erst mal den Shit-Generator wieder kaputt. Ah. Oh. Au. Die Errüstung. Diese blöden Viecher, ey. Das ist ja echt... Aber wir sind bei Bonuswelle 3, hallo. Ja. Wir sind gleich tot. Ja. Aber weil das Tor halt kaputt geht. So. Da habe ich nochmal viel Schaden gemacht, hier. Da kommt noch eins, ey. Ich kriege zu viel. Ähm. Stirb! Du musst auch sterben, Jackenstein. Ah, ich bin nicht tot. Ah, ich bin nicht tot. Ah, ich bin doch nicht tot. Wo ist das hin? Ach, ist das halt, dass ich da hochgerattert habe? Ja, es hat Angst bekommen vor dir. Was ist das? Das kann ich verstehen. Oh, scheiße. Und schon ist die Hexe da. Boots! Stödet! Jackenstein! Da kam noch eine Hexe. Nein! Nein! Ich bin tot. Schade. Ich habe... Wie viel habe ich gemacht? Ich bin nur Silber. Wo ich so richtig viel versucht habe, zu töten und so. Zwei! Eins! Ich lebe wieder. Ah! Bonuswelle 4 ist jetzt schon der Horror, ne? Ja, ne? Stirb doch! Geht doch! Heiliger Bim Bam, ey! Jetzt kommt wieder 100 Millionen Reaper. Ja, wie viele wollen jetzt? Komm, es waren doch schon zwei da. Einmal mehr trat der Seelen-Ernte aus dem Schraub. Scheiße! Okay, unser Tor ist gleich am Ohr. Der Seelen-Ernte nahtet. Der Seelen-Ernte in Schraub. Die ganzen Reifen, die durchkommen. Ja, weil du... Ich höre auch schon gar nicht mehr, woher die kommen. Der Seelen-Ernte-Papel-Zwuch. Ah! Geht doch! Was kommt jetzt? Ah! Wir haben gleich ein Knessel mit Tod einfach. Toll, jetzt haben sie einen Schildgenerator. Ne, ich hab's kaputt gemacht. Oh, oh! Ich glaube, es ist tot. Nein! Nein! Ich hab aber die anderen... Ich hab nochmal schön reingerotzt. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie weit sie jetzt gekommen sind. Ich hab auch nicht aufgepasst. Aber ich hab 63.000 Damage gemacht, ja! Yay! Ja! Ich bin Highlight des Spiels! Oho! Da... 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 Bam, 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 bam! Na ja, immerhin. Immerhin! Das war eine Runde von dem wunder-wunderbaren Wellen-Modus. Danke fürs Zusehen und bis zu einer anderen Folge! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020